Der Bahnhof schläft nie. Hier ist immer was los, Tag und Nacht. Jörn Renzmann sorgt dafür, dass trotzdem niemand im Trubel untergeht. Er ist einer von 14 ehrenamtlichen Helfern bei der Bahnhofsmission Ingolstadt und immer für Reisende da. Morgen. Fallen Sie mir nicht ins Gleisbeet. Ich fange jetzt erst das Arbeitrohr. Die Bahnhofsmission in Ingolstadt gibt es jetzt seit 70 Jahren. Sie ist eine ökumenische Einrichtung. Also die Bahnhofsmission wird sowohl von der evangelischen wie der katholischen Kirche bezuschusst und bearbeitet. Das ist einmal praktisch die Diakonie evangelische Seite und die katholische Seite ist praktisch Caritas. Und das in dem Emblem der Bahnhofsmission darzustellen, ist einmal das Amalfi-Kreuz, was die evangelische Seite bedeutet und darstellt. Und das orange-gelbe, das ist der päpstliche Banner. Jörn Renzmanns Arbeitstag ist durchgetaktet. Ich habe mir auf einem Spickzettel alle Züge aufgeschrieben, die ankommen und bin dann ungefähr so 10 Minuten vorher auf dem Bahnsteig. Manchmal gar nicht so einfach, denn Verspätungen der Züge müssen eingeplant und neue Fahrpläne berücksichtigt werden. Da hinten sieht man jetzt also vier Züge, die kommen sollten, aber wegen Baugleisarbeiten eben nicht fahren. Und jetzt findet der Schienenersatzverkehr statt. Für die Leute, die es nicht wissen, die sind natürlich in Hektik, um da zum Bus zu kommen und mit dem Zug zu fahren. Und das kommt sehr oft. Mit seiner jahrelangen Erfahrung behält Jörn Renzmann trotzdem immer den Überblick. Jetzt hat sich momentan ja der Fahrplan wieder geändert, dann schaue ich kurz nach. Also um 9.49 Uhr kommt der Zug auf 7 und wird jetzt auch gerade angesagt. Nach Landshut, Hauptbahnhof über Regensburg. Abfahrt 10.06 Uhr. Vorsicht bei der Einladung. Und dann schaue ich, welche Herrschaften aussteigen, ob die Hilfe brauchen, Rollator oder Kinderwagen oder Fahrradräder. Und bei Fahrrädern weise ich denn ab und zu darauf hin, dass da ein Fahrstuhl ist. Die Aufgaben der Bahnhofsmission sind vielfältig. Renzmann ist vorwiegend am Gleis aktiv. Guten Morgen. Schönen Tag. Schönen Hundeabend. Eine Gruppe blinder Fahrgäste war im Zug. Sind die gerade in der Ausbildung, die Hunde, oder sind die schon fertig? Wir sind in der Ausbildung mehr oder weniger. Die Hunde sind fertig. Die sind dankbar für seine Hilfe. Aber das ist nicht immer so. Gerade wenn ein Helfer alleine in der Schicht arbeitet, muss er vorsichtig sein, denn manche Leute reagieren unerwartet auf die angebotene Hilfe. Jörn Renzmann sieht das gelassen. Also ich habe keine Angst, wenn mir jemand was tun möchte. Das Gute ist auch, wenn jemand kommen sollte, der aggressiv ist, ich kann mich wehren. Auf der anderen Seite haben wir auch nebenan die Bundespolizei, die also auch zur Not da wäre. Vor allem Radfahrer muss der ehrenamtliche Helfer im Umsteigetunnel unterhalb der Gleise ausbremsen. Das sorgt gelegentlich für Unmut, ist aber für die Sicherheit der umsteigenden Fahrgäste sehr wichtig. Entschuldigen Sie eine Frage. Die Schilder unten haben Sie nicht gesehen, ne? Ich glaube. Ja, ich finde das immer stark, wie die Leute so uneinsichtig sind. Ich habe den Herrn gefragt, ob er die Schilder gesehen hat, dass Radfahren verboten ist. Er sagt, er hätte sie gesehen. Dort hinten könnte er fahren, weil da keine Kunden sind, die er umfahren kann. Aber hier fährt er trotzdem, weil er um die Ecke sehen kann, ob da jemand runterkommt. Es kann ja nichts passieren. Also ich muss die Leute immer bewundern, die um die Ecke gucken können. Ich würde das gerne auch wollen. Aber wie schon erzählt, uneinsichtig. Und gerade älter Herrschaften. Ich finde es eigentlich schade. Die Sicherheit und der Schutz der Fahrgäste. Das ist Jörn Renzmann wichtig. Mit der Bahnhofsmission setzen sich Caritas und Diakonie anonym und unentgeltlich für Reisende ein. Ein ökumenisches Projekt mit Zukunft.